Wir wissen, was drinsteckt. Sie auch? Wir sorgen dafür, dass in der Grappa mit dem Qualitätszeichen Südtirol auch Südtirol drinsteckt und dass die strengen Qualitätskriterien eingehalten werden. Dafür gibt es eine unabhängige Kontrollstelle, die Betriebe und Produkte regelmäßig prüft. Die Südtiroler Brennereien dürfen nur Traubenschalen, sogenannte Dresder, aus Südtirol verwenden. Grappa kommt ursprünglich vom italienischen Wort Grappolo, was Traube bedeutet. Jetzt ist der Begriff Grappa geschützt und bezeichnet ausschließlich italienische Dresderbrände. Bevor eine Südtiroler Grappa in den Handel kommt, muss sie bei einer sensorischen Prüfung mindestens 70 von 100 Punkten erhalten. Sie ist frei von Zusätzen. Grappa kann aus Dresdern einer oder mehrerer Rebsorten hergestellt werden. Eine der bekanntesten Sortenreinen ist die Grappa aus Gewürztramina, eine autoktone, aromatische Rebsorte. Wir wissen, was drin steckt. Qualitätszeichen Südtirol. Garantierte Herkunft und geprüfte Qualität. Südtirolergrappa.com Südtirolergrappa.com